Hier haben wir den Startpunkt unserer Wanderung. Hört ihr erstmal was zur Söhrebahn an. Die Söhrebahn. In einer stürmisch verlaufenden Welleröder Gemeindevertreter-Sitzung wird mit vier gegen zwei Stimmen der Beschluss gefasst, sich am Bauer der Söhrebahn zu beteiligen. Die Geschichte des Bahnbaus und die Söhrebahn war eng miteinander verknüpft. Nur zusammen konnte es für beide eine Erfolgsgeschichte geben. Ohne die Frachtaufträge des Bergbaus hätte es wahrscheinlich keine Söhrebahn gegeben. Die Montanindustrie der Söhrebahn war schon Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur Motor des regionalen Wirtschaftsfunders, sondern auch der wichtigste industrielle Arbeitsplatz für die Menschen rund um die Söhre und Auftraggeber für zahlreiche Nebengewerbe. Die in Kassel beschäftigten Arbeiter aus der Söhre brauchten nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz zu laufen. Sie konnten nun wesentlich bequemer mit der Bahn fahren. Das gleiche galt für Marktfrauen, die ihre Ware in der Kassel zum Königsplatz packten. Aber auch Kinder hatten nunmehr die Möglichkeit, nach Kassel einfach weiter die Führung der Schulen zu besuchen. Ausflügler aus Kassel insbesondere nutzten die Söhrebahn Wochenenden zu Ausflügen in die Söhre, um hier zu wandeln. Die Söhrebahn begann ihre Fahrt in Wellerode Wald. Passierte dann den Haltepunkt Wellerode Ort, erreichte die Bahnhöfe Vollmershausen und Lofelden-Oxhausen und erreichte schließlich den Bahnhof Kassel-Bettenhausen. Wir gehen jetzt zum Zechenweg und von da aus gehen wir zu der kleinen Hütte vor dem Bahnhofsgebäude. Jetzt setz dich erstmal in die Hütte und schau dir das Bahnhofsgelände von oben an. Das Bahnhofsgelände Wellerode Wald an einem Sommertag 1965 Der Gleiskörper und Endpunkt der Bahn Der Gleiskörper und Endpunkt der Bahnhofsgebäude Der Lokschuppen Und das Bahnhofsgebäude selbst Der Zustand des ehemaligen Bahnhofsgeländes aus heutiger Sicht aus der Luft betrachtet. Der Lokschuppen Der Lokschuppen Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gleisanlagen im Jahre 1966 Ursprünglich sollte die Bahn noch bis Wattenbach fortgeführt werden. Doch Wattenbacher Fuhrunternehmer verhinderten dies, weil sie Angst um ihren Profit hatten. Blick auf das ehemalige Wiegehäuschen In seiner Flucht stand der Kohlebunker. Der Bunker wurde durch ein Feuer in der Seilbahnanlage zerstört und nicht wieder aufgebaut. Also hier ist der Betonklotz, der Prellbock von dem Abstellkneis von der Zufahrt der Lohren. Und hier war im Grunde genommen dann die Schüttverladung auf der Kohlen auf die Waggons, die dann nach Kassel gingen zum Verbrennen in der Händschelei oder ins Kraftwerk. Da in die Richtung war mein Elternhaus und von unserem Grundstück habe ich direkt auf die Versorgungsanlage für die Loks geguckt. Hier war der Wasserkran und die Bekohlungsanlage für die Loks. Und direkt im Anschluss war es dann bis zu dem Ende von dem weißen Zaun, etwa da ging der Lokschuppen. Komm, ich zeige dir was vom geschäftigen Treiben am Lokschuppen. Lok 3 wird gewartet. Das Schmieren und Ölen der Lok ist immens wichtig. Auf dem Führerstand Aber es ist nicht alles verloren gegangen vom rollenden Material. In Krefeld Tönnisforst fahren noch zwei Wagen der Sörebahn. Und da kann ich auf der Gña gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020